Bei Mucki sind wir einfach nur glücklich, dass er wieder am Platz steht. Ich habe ihn ja bremsen müssen, er wollte schon ein bisschen eher am Platz stehen, aber ich glaube, das war heute auch der richtige Zeitpunkt, dass er seine ersten Minuten jetzt sammelt. Ja, ich habe das Ganze sehr genossen. Es war mir einfach ein Anliegen, den ganzen Leuten zu zeigen, dass man aus jeder Situation in seinem Leben wieder zurückkommen kann. Ich bin sehr froh, dass mir das heute mit dem Tor geglückt ist. Aber selbst ohne dem Tor war mir einfach wichtig, wieder am Platz zu sehen, wieder gesund zu sein. Und jetzt kann ich aufbauen, jetzt kann ich wieder arbeiten an dem Ganzen und das werde ich auch. Und ich werde das Bestmögliche tun, um so schnell wie möglich wieder in meine Form zu kommen.